Alter, die schmeckt schäuflich, die werde ich nie sehen, noch mal essen. Und Jacarato, ich nehme jetzt den Sohn mit auf die Herausforderung, okay? Dann nehmen Sie mich mal hart dran. Das mache ich, das mache ich. Okay, geht los. Das mache ich, das mache ich. Das schmeckt mir nicht. Und außerdem schmeckt es irgendwie ein bisschen nach gar nichts, aber das würde ich nicht essen. Das schmeckt mir nicht. Ne, schmeckt mir nicht. Das ist mir echt viel zu sauer. Ne, schmeckt mir nicht. Sowas würde ich auch nicht essen. Kommander Otto, setz dich bereit. Das schmeckt mir nicht. Das schmeckt mir nicht. Oh, schmeckt gut. Da schmeckt man schon den Aroma des Kiwis. Also ich muss wirklich sagen, der Kiwi schmeckt wirklich fruchtig lecker. Das schmeckt mir nicht. Das schmeckt mir nicht. Das schmeckt mir nicht.